in diesem video herzlich willkommen ja und machen wir die tür auf wo hängt mein arm guck dir mal wo mein arm hängt ja jetzt ok aber kann ich mein schwert eigentlich ziehen das geht schief das geht schief und es steht zu sogar oder auch nicht ja doch teils jetzt erst dahin stellen und da hochkommen oder nein nein ich hab das fast gerettet ja das spawnt ja auch mal eben warte kann man von hier aus hier rüberspringen ja ja geht sogar warte ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr dieses scheiß flas muss nicht stehen bleiben ich hab mal folgt dafür bekommen dass ich gerade ins wasser gesprungen ja learn to swim du musst es richtig an die wand stellen sonst bleibt es nicht stehen wenn du drauf springst jetzt stell es an die wand pack da in die ecke schieb und ich bleib nicht ich sollte mal aufpassen wo ich hintrete weil ich spring nochmal rüber so warte mal ich bleib doch so hinstehen da gibt es ja noch irgendwas was man da na gut ich war wahrscheinlich noch nicht so auf dem wasser wie du aber ich glaube du warst öfter als ich im wasser ja möglich dem ding keine ahnung keine ahnung wie man das hilfe ja ja da musst du hin komm komm ich schmeiß dich wieder runter komm her komm 3 Uhr Schwimmbad du kannst auch in einem Satz rüberspringen warte du kannst das Brett vielleicht mit rüber bringen das Brett zum Beispiel ja das wäre eine ganz gute Sache glaube ich hm hm Ach man Dann komm mal her damit Warte, 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 warte Da ist fast gerade, rolle ich dir wieder rüber, wenn ich mich wollte Okay Ähm Ich bin nicht steig Ich sehe es Ops Okay, okay, ohne Brett, ohne Brett Au, das ist mir in den Rücken gebrochen Ja, was liegst du da noch für so ein Spasti So ein Rücken gebrochen Zack drüben So, ich vielleicht hoch Was für einer das fesselt und andere hoch geht Weiß ich nicht Mal ausprobieren Ich brauche ja nur einen da oben, der andere kann ja Ich glaube Was brennt ist schon da, Busun? Ich bin hier Da ist mal hin und halt nur noch von da aus fest Ja Haltest du fest? Kippen, festhalten Okay, warte Ja, ich versuch, ich trick schon gegen Okay, nicht bewegen geht's Hast geschafft? Warte Ja Sag erst ja, wenn ich auch oben Oh Ich bin oben Welches Turm machst du jetzt auf? Ach, das da oben, ne? Gar nichts Ich muss erst mal Ich muss erst mal Wupp, wupp, wupp Wupp, wupp Fenster Zack, im Fenster Hier Bitch Work Oh, hier Jetzt fällst du runter Hier Das wäre zu lustig Nanananana Nananananana Nananananana Ja, ich bin durch Saving Schade Ich liebe es Ich Ich Oh, da ist eine Lampe Mit der kann man sich schwingen Oh, da ist eine Lampe Oh, da ist eine Lampe Oh, da ist eine Lampe Schau mal die Lampe darunter Hakt mal die Lampe ein Vor einer Kette Ja, ich weiß Der Ausgang am Ende Oh Gott Wollen wir dem Angeln helfen? Ja, zieh mit Er springt Oh, ich bin gefallen Ähm Sagen hier auf Ok, ok Steffi, steffi Ich sehe, wie lange du noch lachst Wann seht, ob ich da hoch Ich hänge hier Loll, da ist ein Boden Hi Ja Ja Ähm Yay Neuer auf Wart 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 Sie ist unten Das ist optimal Ja, jetzt muss man aber nur da rüber springen Brauchst mehr Ja, ja Wo müssen wir denn hin? Da rüber zur Bühle Was so? Alles andere ist ein bisschen weit weg Sind wohl, ja Bist du sicher bis loslassen? Ja First try das Dinge catchen Deine Hand ja sicher ich lasse doch gerade beide nicht los flieg ja ja ich habe es geben ja tschau 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 erst mal gucken bitte erst mal gucken vielleicht geht das ja genau das hatte ich vor saving wo haben wir gesaved also da müssen wir hin ja ich bin untergefallen was in diesem haus ist hallo da hallo hier hat sich jemand verpüßt als wahlkatze welche von den drei also lightning ich habe eine idee ich habe ich habe eine richtig gute idee brett auf das ding rauf und der eine stellt sich rauf und der andere sprengt ich habe sie nur einmal im gehört wohin 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 ich will ich glaube wir können eine rampe basteln ja warte mal das wollte ich auch gerade versuchen nein du wirst nicht ja ja ich bin drüben ja ja echt ich weiß glaube ich wie der eigentlichen weg geht ambos ja das ist eine möglichkeit ach fuck du musst hier hinspringen wo ich stehe achso oder so ich springe einfach daneben aus versehen ich bin bereit ok roger roger ready to take off yep first try digger first try bam ist was kaputt gegangen ich glaube das brett brauchen wir wirklich natürlich geh mal auf meine schultern warte vielleicht können wir uns einfach da durchschießen das ist auch eine möglichkeit ja try warte mal first try is sunday warte mal holst du das brett richtig ich würde sagen das ist glaube ich nicht ohne grund abgefallen oder war auch mein tipp brett da hinschießen oder wie willst du das machen sollte ich gar nicht machen du schiebst das okay rein wir müssen das weiter weg ziehen ausrichten lass mal los Karin richten ist ja komm willst du dich reinsetzen ich lass das sauber kopf gestoßen ich habe extra einen helm auf braille leise jetzt rüber ziehen ja billy ja billy ja oh hier ist notort warte auf mich ähm warte auf mich ähm okay nächstes level stimmt das ist er nicht das tor er folgt bekommst du auch ja oh boote was boote ja boote geht's ja machen wir einen cut bis dahin haut rein bis dahin ciao ja wo y ya Untertitelung. BR 2018